Hallo zusammen, so das ist eigentlich mein Dienstagsvideo, aber warum stelle ich mein Dienstagvideo an einen Montag rein? Ganz einfach, ich habe heute, also ab dem 18. März bis zum 31. März eine Gutscheinaktion mit der Firma Deuton, also für euch ausgehandelt und zwar bekommt ihr 20% auf alle Produkte der Firma Deuton und Necosmedic, die über Deuton speziell vertrieben werden. Und ich möchte euch heute, meine Favoriten, die ich jetzt in den letzten drei Monaten, also seit November, benutze ich diese Produkte, ausschließlich diese Produkte und nichts anderes. Und mein Empfinden, ich habe schon mal ein Video darüber abgedreht, ist einfach, es ist sensationell. Diese, ich benutze Reinigung, ich benutze Tonic, ich benutze Creme, ich benutze Serenmasken und einiges davon kennt ihr ja schon und einige Ladies haben ja auch schon bei Deuton fleißig zugeschlagen. Und sind begeistert, haben dort angerufen, haben Fragebögen ausgeteilt, nicht ausgeteilt, ausgefüllt, ihr Süßen. So, ich sage nachher nochmal gleich was zu dem Gutscheincode, den schreibe ich auch in die Infobox. Der ist, wie gesagt, 14 Tage lang gültig. So, und dann möchte ich euch meine Produkte vorstellen. Also was ist Deuton nochmal für die neuen Zuschauerinnen? Deuton ist eine deutsche Kosmetikmarke, made in Germany, basiert auf 40 Jahre Erfahrung in der Meereskosmetik. So, wird von Kosmetikerinnen oder wurde bisher von Kosmetikerinnen vertrieben, also in Schönheitssalons, auf Beautyfarm. Und nun eben auch für euch normal zu kaufen, im Internet, online oder eben auch über YouTube, über die Kanäle, dass ihr Rabatte bekommt. Und was ja eine sehr schöne Sache ist. Ich hatte schon mal einen Rabattcode, als ich anfing mit Deuton. Ansonsten gibt es diese Rabattcodes zweimal im Jahr in der Osterzeit und in der Weihnachtszeit. So, beginnen wir. Als allererstes meinen Reinigungsschaum. Das ist ein Reinigungsschaum, für alle Hauttypen gedacht. Ein ganz feiner, fluffiger Schaum mit so kristallisierenden Bläschen, so Schaumbläschen. Und dieser Schaum, ich werde den mal aufsprühen, der zerfällt auch nicht. Also auch bei der Anwendung nicht. Er ist unglaublich smooth. Ein richtiges Mousse. Smooth, smooth. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, diese ganzen Produkte, die ich bisher getestet habe, riechen sensationell. Sie riechen, natürlich sind dort auch gewisse Parfümstoffe, die sind überall drin enthalten, aber sie riechen so angenehm, so frisch und nicht aufdringlich. Was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ihr wisst, alles, die Gerüche geht über das limbische System. Also dieser Schaum ist gedacht für die Gesichtsreinigung, Hals und Dekolleté, aber ihr könnt auch euer Augen-Make-up damit entfernen. Selbst ein wasserfestes. Ist zwar jetzt nicht so zu empfehlen, man sollte immer die Augen, weil es eine empfindliche Partie um die Augen ist, man sollte eigentlich speziell auch einen Augen-Make-up-Entferner verwenden, aber das geht also auch mit diesem Mousse auf die Schnelle mal, oder wenn ihr auf Reisen seid, nicht so viel Gepäck mitnehmen möchtet, ist dieses Mousse einfach must-have für jede Frau, also für jeden Hauttyp geeignet. Das nächste Produkt, ein Zweiphasen-Produkt, ein Classic Clean, ein, ihr seht fast alle, mit Kalendularen Kamillenextrakt, das ist ein Augen-Make-up-Entferner, auch für wasserfeste Wimperntusche geeignet. Es ist so schonend, weil die Augenpartie ist ja sehr pergamentartig, ganz zart und dünn und fein, und das ein Zweiphasen-Produkt, das aus Öl enthalten sind, diese Öle sind aber nicht so schmierig, dass ihr so einen schmierigen Film auf den Augen habt, ja, und auch keine Rötungen, es entstehen auch keine Rötungen, was ja oft bei einem Augen-Make-up-Entferner der Fall ist, wenn ihr euch damit abschminkt, dass dann die Augen so gerötet sind, wie bei so einem Kanickelchen, ja, gut. Also sehr zu empfehlen, auch dieser Augen-Make-up-Entferner. Bleiben wir bei den Augen. Das nächste Produkt, das ist jetzt auch schon fast alle, das ist eine Augencreme, Augen- und Lippencreme, also Lippen, insofern hier die Kontur, für die Lippenkontur und für die zarte Haut unter den Augen. Das ist die Cellumere mit Q10, also mit wertvollem Cellumerextrakt und Q10. Also wenn die Haut jetzt so ein bisschen schlaff ist und so ein bisschen fahl ist, ist diese, die hat mich wahnsinnig überzeugt, gerade im Winter jetzt auch, ich werde es euch mal demonstrieren, sehr schön in der Anwendung, so ein Pumpspenderchen und könnt ihr sehr schön hier unten aufklopfen, immer so ein bisschen weg vom Wimpernrand. Ihr könnt auch, wurde ich gefragt, man sieht das immer nicht auf dem Augenlid, natürlich könnt ihr auch die Augenlider damit schön, aber alles tupfen, tupfen mit den Fingern, guckt man am besten mit dem Ringfinger, da hat man am wenigsten Druck. Das nächste Augenprodukt, das ist ein Instant Augengel mit Rotalgenextrakt, ein straffendem Rotalgenextrakt, das ist ein abschwellendes, kühlendes Augengel, was sofort die Fältchen oder Krähenfüße, die wir haben, auffüllt. Innerhalb von ein paar Minuten wird es aufgefüllt. Es ist eine sehr, sehr schöne Händlungsweise. Hier ist so ein Metallstück dran, also auch sehr hygienisch. Und dann drückt ihr hier so drauf, ja, ich mache es mal vor, man drückt also hier drauf und schon kommt da etwas Produkt raus. Und dann geht ihr mit dem Ding hier, mit diesem kühlenden Applikator, ihr könnt hin und her gehen, also ich sage immer weg vom Gesicht, also ich mache das nicht so gerne hin und her, ich mache es immer nur in eine Richtung, also weg. Und es ist sehr, sehr schön kühlen, noch kühler ist es jetzt im Sommer, wenn ihr es, also jetzt im Sommer, also wenn der Sommer kommt, ihr könnt es auch in den Kühlschrank legen. Also eine hygienische Anwendungsweise, auch prima für die Handtasche. Oder ihr könnt es auch einklopfen, ja, und Reste hier oben immer schön auch auf die Lippenkontur geben. Also nach dem Auftrag habt ihr eine vitalisierte, geglättete Partie unter den Augen, bei absolut hygienischer Anwendung. Es ist, es ist, also ich habe hier nur schon andere Gels ausprobiert, also jetzt nicht von Dolden, von anderen Firmen, da hat man meistens dann so ein, danach so ein trockenes, so ein Spannungsgefühl. Das ist hier nicht, dieser Cellumerextrakt und dieses, dieses Plankton- und Rotalgenextrakt sorgen wirklich straffend, vitalisierend, feuchtigkeitsspendend, glättend, Soforteffekt. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich schreibe natürlich alles in die Infobox, was ich jetzt verwendet habe, damit ihr das nachlesen könnt. Und ich verlinke euch auch die Seite. Weiterhin, wir bleiben bei den Augen, habe ich noch einen schönen Eyelid Primer, Nähkosmetik, also aus Italien, wird über Dolden vertrieben. Das ist ein goldfarbener Eyelid Primer, der auch so die Fältchen so ein bisschen auffüllt auf dem Augenlid. Das ist ja nicht mehr so straff ab einem gewissen Alter. Kann man, diese Goldfarben, kann man einzeln benutzen oder als Eyelid Primer. Ein sehr schönes Produkt. Weiterhin war ich total begeistert von dieser Deep Black Extension, von dieser Mascara. Mit einem schönen Bürstchen. Schönes Silikonbürstchen. Ihr habt wirklich einen schönen Effekt, wenn ihr mehrfach darüber tuscht. Also einmal tuschen, ein bisschen warten, nochmal tuschen, nochmal tuschen. So dreimaliges tuschen. Und habt ihr schön schwungen, selbst, wenn ihr nicht viele Wimpern habt. Wie bei mir, das ist ja auch der Fall. Also Deep Extension. So. Und dann habe ich jetzt noch etwas Neues. So lange habe ich das noch nicht. Muss mal ein bisschen ankloppen. Dann haben wir diesen Brow Styler. Also so eine Augenbrauen, eine Augenbrauen Mascara. Färbend, kämmend, fixierend. Ergonomisches Bürstchen. Kann man sich sehr schön die Augenbrauen mit auffüllen. Gibt es in zwei verschiedenen Farben. Das ist die hellste Farbe. Also färbend, kämmend und fixierend. Ihr müsst dann nichts weiter machen. Eine ganz einfache Auftragungsweise. Diese Augenbrauen Mascara. Dann habe ich natürlich noch mein absolutes Nonplusultra Produkt. Das ist dieses Enzym Peeling, was ich zweimal in der Woche momentan benutze. Das ist ein Puder. Es sind acht Päckchen drin. Ein Päckchen reicht für zwei Anwendungen. Ihr macht es auf. Gebt ein bisschen was in die Innenfläche der Hand. Schäumt es ein bisschen mit Wasser auf und gebt es auf euer Gesicht. Also dadurch wird die Haut selbst empfindlichste Haut, zur Rötung neigende Haut oder auch Couperose schonend gereinigt. Weil das wird nur aufgegeben. Es gibt kein Rubbeln, kein Reiben, keine Peelingkörnchen oder irgendwelche Partikelchen. Es ist eine putrige Form. Aus Papaya-Extrakt wird das gewonnen. Und dieser Papaya-Extrakt nimmt eben auch den Glanz der Haut, ja. Diesen öligen Film, den ja oft eine großporige, etwas unreine Haut hat, auf schonendste Art und Weise zwei bis drei Minuten einwirken lassen und dann mit warmem Wasser abspülen. Dann benutzt ihr einen Tonic und dann normal eure Pflege weiter. Hinterlässt ein einmaliges, sauberes, glattes, also ein Hautgefühl. Ich komme wirklich nur ins Schwärmen. Es ist für mich das beste Peeling, was ich je in meinem Leben auf mein Gesicht gegeben habe. Das schonendste und das Beste. Es ist sensationell. Also das ist ein absolutes, das ist ein Highlight dieser Kosmetiklinie oder Serie. So, dann habe ich hier noch, das benutze ich jetzt nicht so oft, das sind solche, solche Daily mit der Haarsäure, so Daily Peeling Pads, die auf ganz milde, also ein ganz milder Einstieg in die Fruchtsäure, in die Fruchtsäure Peelings. Das sind so Pads, so waffelartig sind die, die gebt ihr nach der Reinigung abends auf. Also wird das Gesicht nach der Reinigung damit, wie ihr normal mit dem Wattepad über das Gesicht geht. So, das ist einmal so eine geriffelte Seite und einmal eine glatte Seite. Also auf ganz sanfte Art und Weise reinigt ihr euer Gesicht mit diesen Daily Peeling Pads. Wer das möchte, wer sowas mag, ja. So, und dann jetzt meine absoluten Highlights, die ich hier noch habe. Das ist aus der Soul-Linie. Das ist hier mein Illuminating Oil, dieses Zwei-Phasen-Produkt, dieses exotisch duftende Öl-Serum, was keinen Glanz hinterlässt, was nicht schwer auf der Haut liegt, was diesen gewissen Glow gibt. Es ist ein Anti-Aging-Oil-Feuchtigkeitsspend. Es ist, man kann es alleine verwenden, man kann es mit einer Creme mischen, man kann es mit der Foundation mischen, man kann es über die Foundation geben. Und es ist ein pflegendes Öl-Serum, also es wird geschüttelt und dann drückt man hier oben drauf und dann hat man dieses Öl-Serum in der Pipette und gibt es auf die Haut auf. Es ist für mich, also, ersetzt eigentlich jede Ampulle. Ich benutze, es hält ungefähr auch so zwei Monate, wenn ihr das täglich benutzt. Diese Produkte sind sehr, sehr sparsam auch im Verbrauch, wenn ihr das jetzt normal aufgebt, ja. Also dieses Öl-Serum, es gehört also absolut in meine Beauty-Routine mit dazu, ist nicht mehr wegzudenken und empfehle ich auch immer wieder gerne, weil es ist ein Seelenschmeichel, weil das sind so gewisse, das ist so Monoyi-Öl darin enthalten und dieses Monoyi-Öl wird aus der Frangipani-Blüte gewonnen und das ist ein ganz zarter, exotischer Duft, der dich umschmeichelt, umhüllt und es ist so schwerelos, es liegt nicht so pappig auf der Haut, deswegen Öl, also Illuminating Oil, denkt man, oh, so ein Öl, um Gottes Willen, ich kann es dir nochmal vormachen, es ist ein Serum und so, also ich, ups, so. Es hinterlässt einen wahnsinnig, sehr agibig, braucht ja auch nicht viel, einen ganz tollen Glow ja, auf der Haut, jetzt muss ich das mal hier auf meinem Handrücken verteilen und dazu gibt es natürlich auch noch passende Cremes, ich habe hier einmal diese, das ist eine, Creme und Maske kann man abends benutzen, also ich benutze es als Nachtcreme oder auch speziell als Maske aus der Sol-Serie, so, und das ist auch für eine stark beanspruchte Haut, für eine, naja, ich bin ja auch schon 50 plus, zur rötungneigenden Haut, mit Nachtkerzenöl, mit Magnolenextrakt, mit Jasmin, mit schwarzem Sesam, ist für eine müde und gestresste Haut und auch eine zur rötungneigende Haut, was bei mir der Fall ist, die ist zur rötungneigend gleich so im Wangenbereich, ich benutze sie gern als Nachtcreme oder ich trage sie etwas dicker auf als Maske und lasse es aber drauf, ich nehme es eigentlich nie ab, ich klopfe das immer alles ein, meine Haut, die schluckt gerade und ich benutze sie seit, was, im November habe ich angefangen, Mitte November, benutze ich sie täglich und jetzt schaut mal bitte, da ist immer noch was drin, da ist immer, ich bin auch immer noch nicht am Boden angelangt und diese Produkte, das kostet 69,90, aber es ist, überlegt mal, wir haben jetzt schon Mitte März, ja, oder fast Ende März, wie lange ich dieses Produkt benutze, sollte man nicht meinen, es ist wahnsinnig ergiebig, da ist auch ein Spatelchen dabei, mit dem Spatel könnt ihr das schön hygienisch rausnehmen, bitte nicht mit dem Finger reingehen, eh mal den Spatel nehmen und dann gebt ihr das aufs Gesicht und spült den Spatel danach wieder ab, also diese Kombination, ich habe nur gerade so ein bisschen etwas turbulente Zeit, so hinter mir und vor mir, ich weiß nicht, wie meine Haut aussehen würde, wenn ich das nicht hätte, ich muss jetzt mal sagen, also das ist so beruhigend, diese Soul, na klar, Seele, ne, es sind Seelenschmeichel, erst mal schmeicheln sie vom Duft her schon der Seele und auch die Haut von der Pflege her, ja, also das sind jetzt meine Empfehlungen, wenn ihr euch für Dolten interessiert, so, jetzt reden wir mal Klartext, wie funktioniert das? So, ihr Lieben, also, wer Dolten noch nicht kennt, geht erst mal auf die Homepage und informiert sich natürlich ein bisschen, ja, wer jetzt nicht gerne telefoniert, ihr könnt dort anrufen, eure Fragen werden beantwortet, könnt ihr in den Chatroom gehen und dort gibt es Fragebögen und die könnt ihr ausfüllen. Diese Fragebögen werden beantwortet von Dolten und zwar von einer Kosmetikerin, nicht von einem Computer. So, und dann wird euer Hauttyp oder Bild bestimmt und dann werden euch Proben zugeschickt, dann könnt ihr die testen und wenn ihr dann Produkte bestellen möchtet, dann gebt bitte bei der Bestellung den Rabattcode Beauty Kirsti20 ein. Die 20 steht für die 20%. Und dieser Gutscheincode ist bültig vom 18. März bis 31. März. Ich schreibe, wie gesagt, den Code gerne nochmal in die Infobox zum Nachschauen und auch die Homepage und auch die Produkte, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die meine Lieblinge geworden sind. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Die Möglichkeit habt ihr jetzt und bis bald. Ciao. Danke fürs Zuschauen.